Das wäre jetzt wirklich misslich. So. Vielleicht schlachte ich hier direkt die Hühner. Ah, ah ja. So. Nehmen wir hier die Pilze mit. Und hier das Huhn. Ja, Wolle brauchen wir eigentlich nicht. Könnten ein paar Kakaobohnen auf jeden Fall mitnehmen. Haben wir die schon? Ja, ich mein schon. Trotzdem noch einfach ein paar mitnehmen. Schadet ja nie. Wo hab ich denn jetzt gerade gesehen? Jetzt sind sie verschwunden. Nein, da oben. Und hier sind auch wieder Höhlen. Aber naja. Dem Leder erstmal alles kaputt hauen. So. Und auf, hier auf. Zum Kakao. Wie viel hab ich jetzt gekriegt? Drei. Okay. Ja. Aber hier scheint nichts zu kommen. So wie das aussieht. Also kein Tempel oder so. Aber da hatten wir ja schon einen in der ersten Folge gefunden. Ja, ich geh lieber wieder zurück. Das ist mir zu riskant, dass ich mich jetzt hier verlaufe. Das wär richtig ärgerlich und auch peinlich. So. Aha. Das ist ja eigentlich auch echt krass am Dschungel. Dass man, aber nicht dass man, sondern dass man überall irgendwie entlang kann und dass es total unübersichtlich ist. Das find ich aber auch irgendwo richtig nice. Und vor allem haben die das ziemlich geil hingekriegt halt. Ja, dschungelartig. So. Nun geht's nach Hause. So. Ja, ich bin auf jeden Fall froh, wenn wir wieder da sind. Bei uns. Ist das schon da drüben? Ja. Fett. Ja okay, man sieht das doch. Krass. Fahre ich jetzt mit dem Boot da rüber. Hauptsache da ist unser Regal. So. Ja, haben wir den Anlegesteg wohl umsonst gebaut. Oder wir bauen hier einen neuen hin. So. Da haben wir auf jeden Fall einen fetten Wohnplatz hier finde ich. Ist auf jeden Fall nice gelegen. Auf so einem kleinen Berg. Links rum Wasser. Ah. Und noch einen Apfel. Krass, dass die so lange halten. Vielleicht ist das jetzt her ein paar Minuten. Ich dachte schon, dass der jetzt weg wäre. Ja. Ja. Aber. Wen juckt's. Schade. So. Jetzt erstmal schlafen gehen. Aha. Der Hund kommt zu Besuch ein. Alles klar. Ja. Hier ist noch einer. Tipptipptipptipptipptipptipptipp. Uah. So. So. Ja. Jetzt stellen wir das erstmal auf einfach. So. Oder. Ach. Scheiß drauf. Ich will erstmal hier friedlich irgendwas aufbauen. Wie der Name das schon sagt. Ja. Glas haben wir hier noch drin. Stimmt. Das hat man noch da rein getan. Vielleicht sollten wir hier. Erstmal hier diese hässliche Kiste da weg tun. Weil es sieht schon ziemlich beschissen aus. Wenn die da einfach so rumsteht. Ähm. So. Hier. Oben hatten wir die Treppen drin. Tun wir das Fleisch. Das Leder. Die Kakaobohnen. Die Eier. Federn. Hühnchen. Tun wir erstmal alles da rein. Und die Pilze. So. Okay. Die brauchen wir auch nicht. Doch. Wir könnten noch ein paar Stöcke gebrauchen. Wir brauchen auch auf jeden Fall hier oben ein Crafting Table. Da kommen wir nicht dran vorbei. So. Setz ich mal nach hier. so. seez mal. Tadeln. Oh. Ich möchte erst mal das Haus etwas bewohnter aussehen lassen. Und nicht so lukal. Entweder so oder halt nur zwei. Ich weiß es nicht. Probieren sie es erstmal so. 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 Falsch. So. Hä? Ach, weil... Hä? So, geht doch. Das sagt sich doch gerade schon her. Das kann ja nicht sein. Oh ja, schön, schön. Ne? Irgendwie so. So. Was brauchen wir noch? Haben wir noch Stein drin? Hä, wo ist denn schon hier unser ganzer Stein? Haben wir den verbaut? Für was? Hm. Mysteriös. Sehr mysteriös. Ich bauche hier die Kiste. So. Tipptädeb. Jetzt räumen wir erstmal kurz die Kiste. Oh. Ich denke... Dipptädeb. Oh ja, so. Das, 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 so, unsere schönen 19 Diamanten, ähm, das brauchen wir eigentlich auch erstmal nicht, die Schilder behalte ich erstmal, so viel Eisen können wir auch nicht ein paar Stücke brauchen, so, ja, ein paar Stücke, so, ich will den Rest noch einsammeln, da ist auch noch ein bisschen was drin, so, sorry, ich habe gerade gemerkt, dass mein Aufnahmeprogramm ausgegangen ist, äh, ja, das Einzige, was ich jetzt hier noch gerade gemacht habe, waren die Sachen in die Kisten geräumt, äh, ja, sonst nichts, also bitte nicht wundern oder so, ich weiß auch nicht, warum es einfach ausgegangen ist, aber jetzt funktioniert es entscheidend wieder. So, jetzt haben wir hier, der Hund ist einfach immer noch hier dran, naja, so, zap, dann gucken wir mal, ob hoffentlich irgendwas gewachsen ist, scheint aber nicht so, na toll, äh, das ist natürlich jetzt blöd, so, ähm, hm, ich habe keine Fackeln mehr dabei, noch nichtmals mehr Kohle, Kohle ist auch so ein Ding, das brauchen wir auch auf jeden Fall nochmal, so, ich würde sagen, wir gehen jetzt bald nochmal irgendwo in die Höhle, die wir da gefunden haben oder in unsere alte Schlucht, wo noch die Mino, können wir mal gucken, so, tipptadipp, hier das rein, kackeln hatte ich schon, wirklich keine mehr, nein, hatte ich nicht, hab gefuckt, so, zap und zap, sehr schön, tun wir die 8 da rein, so, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.